Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Icewindtail. Ja, in der letzten Aufnahmesession sind wir im Drachenauge angekommen und haben auch schon die erste Ebene gecleart, haben den Eidechsenkönig, oder eigentlich hier den Echsenkönig besiegt und damit die Leute hier befreit und sind jetzt auf dem Weg in die unteren Ebenen. Haben hier gegen sehr viele Trolle gekämpft. Wir sollten uns mal heilen. Und irgendwie muss ich sagen, ist der Sound doch ein bisschen zu laut noch. Ah, auch die Soundeffekte. Kommen mir etwas laut vor. Also gerade hier in der Hülle. Nein, wir sehen. Ich kann aber noch ein Hände auflegen. Höh, wo ist so des Glaubens? Was habe ich dir nochmal gegeben? Ach, die Sonnenfackel. Okay. So, du kannst dich mal im Schatten verstecken. Ja, einverstanden. Wir waren immer noch dabei, hier rum erstmal zu gehen, weil in der Richtung sind Ex-Menschen. Haben auf jeden Fall jetzt sehr viele Trolle getötet. Das ist nicht so toll. Hier weiß ich auf jeden Fall sind noch ein paar Bombardierkäfer, was nervig ist. Ach, hier sind noch mehr Trolle. Gut. Kann ich helfen? In Ordnung. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Sag, was du von mir willst. Euer Leben ist verwehrt. Auf in den Sieg! Ich werde schwer erwischt. Ich möchte dich verraten. Jawohl! Okay. Worum handelt es sich? Das heißt, wir können uns dann gleich wieder zurückziehen. In Ordnung. Sobald die K.O. gemachten nicht mehr K.O. sind. Also dann gucken wir noch, was hier ist. Noch mehr Bohr- und Bombardierkäfer. Hä, hä, hä. Okay. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ich muss leider auch zugeben, dass wir das öfter haben werden, dass wir uns in diesem Dungeon in höhere Gebiete zurückziehen müssen. Vor allem, weil wir auf den untersten Ebenen nicht mehr rasten können. Das Gute ist, soweit ich weiß, äh, gibt's kein Respawn. Okay, und es gibt auch nichts Böses hier wirklich. Ich tue es. Sag, was du von vorwärts. Was ist Loben mit Vergnügen? Ohrkäfer, Bombardierkäfer, Bombardierkäfer. Okay, der Schuss ging leider daneben. Ja. Ich könnte eine Haste zaubern. Warum nicht? Tracey, wie kann ich helfen? Das kann euch gnädig sein. Diese Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Okay. Hoch, in Ordnung. Das ist noch eine ganze Menge Bombardierkäfer. Oh, das ist der kleine, feine Nachteil an diesem... An dem Haste zaubern. Ach, wenn ich sie gewalttätig werden müsste. Ach, ach, ach. Die Dämonen des Schlaffischjahres. Ich brauche eine Pause. Vorwärts. Ich werde schwer erwischt. Brauchst du mich? Schau mir ruhig zu. Ja. Okay. Wie lautet deine Aufgabe? Äh. Heiluk. Ist etwas nicht in Ordnung? Sehr viel mehr Heilung. Vita, mortis, feier. Wie kann ich in Ordnung? Dein Befehl? Was ist in Ordnung? Was ist in Ordnung? So, jetzt müssten da noch drei Bombardierkäfer sein. Was ist in Ordnung? Was ist in Ordnung? Oh, du sollst es geschehen. Werde Zeugen wahrer Macht. Wie kann ich helfen? Bereits in Ordnung? Okay. Ich höre. Mit Vergnügen. Ich werde sehr gerne. Sehr gerne. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Wenn ich noch einen Schritt habe. Preisfrage, wir hatten jetzt die höhere Sagenkunde. Du hast eine 28-16-A. Aber kann beides nicht identifiziert werden von dir? Verteidiger-Streit-Axt. Langschwert der Verwirrung. Also, plus zwei. Na, das ist gut. Mach aber so rum. Glaube ich, ist besser, oder? Nö, bleibt sie gleich. Gut, die Streit-Axt bringt leider nicht viel. Ist nämlich nur eine einhändige Axt. Dein Befehl? Gewiss. Das heißt, wir können jetzt hier die, diese kleine abgelegene Höhle nutzen. Ich hoffe, hier verirrt sich niemand hin. Gut, zum Rasten. Also, wir können hier unten weiter. Hier gäbe es Trolle. Und hier drüben waren es, soweit ich weiß, Echsenmenschen. Ja, zähe Echsenmenschen. Nicht so schön. Das wollte ich nicht. Ah, lass mich durch. Au. Ja. Euer Ende ist nah. Ich werde euch verwerfen. Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. Ich werde euch verwerfen. Ich werde euch verwerfen. Und Hagrim kann sich jetzt nicht bewegen, weil seine Stärke niedrig ist. Ach, wo ist es denn? So. Im Ob, das ist doch, Goblin, leicht. Dein Befehl vorwärts. Gut, okay. Woran hast du gedacht? Ach, Falle stellen. So soll es geschehen. Falle stellen kann sie auch noch. So. Schattenverstecken ist gelungen. Okay. Ich höre. Ich höre. Stell hier mal eine Falle auf. Okay, ich kann keine Falle aufstellen, wer sich Feinde in der Nähe befinden. Na, ist okay. Ich kann hier hochgehen. Ich kann hier über die Brücke gehen. Hier oben ist nur eine Höhle. Wahrscheinlich waren hier vor die ganzen Trolle drin, die mich auf einmal angegriffen haben. Trittet sie natürlich aus dem Schatten raus. Bis zum nächsten Mal.